Im November begleitet uns bei Unser Sonntag Gerhard Ludwig Kardinal Müller. Der Theologe war von 2002 bis 2012 Bischof von Regensburg und von 2012 bis 2017 Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre. Im Juni 2021 ernannte Papst Franziskus den 73-Jährigen für eine fünfjährige Amtszeit zum Mitglied des Supremo Tribunale, der apostolischen Signatur, also zum Richter am höchsten Kirchengericht. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte, Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge die Ehrensitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen, diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat. Sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Der Abschnitt des Evangeliums, den wir heute gelesen haben, teilt sich in zwei Teile. Zum ersten spricht Jesus über die Schriftgelehrten. Im zweiten Teil geht es um eine arme Witwe im Vergleich zu den Reichen, die viel geben. Zunächst mal könnte man denken, was hat denn Jesus ständig mit den Schriftgelehrten zu tun? Warum spricht er sie so harsch an? Es sind diese Schriftgelehrten jetzt im heutigen christlichen Bereich, die Theologen, über die man sich aufregen kann, im Vergleich jetzt zu den einfachen Gläubigen, die einfach im Alltag versuchen, ihr christliches Leben zu gestalten, während die Theologie große Theorien aufbaut, die im praktischen Leben nichts viel bedeuten. Aber in Wirklichkeit geht es nicht um innerkirchliche Auseinandersetzungen. Das Verhältnis von Theologie und Lehramt der einfachen Gläubigen und der reflektierten Auffassung des Glaubens auch in Auseinandersetzung mit der Philosophie, mit den Wissenschaften, die rationale Begründung unseres Glaubens. Sondern es geht im Markus-Evangelium um etwas ganz anderes. Wir müssen jeden Abschnitt der Evangelien, die wir an Sonntagen, an den Werktagen hören, auch im Zusammenhang sehen des gesamten Evangeliums, hier des Markus-Evangeliums, aber auch im Gesamtzusammenhang des Auftretens Jesu im Volke Israel. Das Markus-Evangelium beginnt mit einem Bekenntnis, Evangelium, die frohe Botschaft, die Heilsbotschaft von Jesus, dem Christus, dem Sohn Gottes. Wenn wir in den Beginn des Markus-Evangeliums hineinlesen, sehen wir, dass Jesus mit Vollmacht aufgetreten ist. Er hat das Reich Gottes verkündet, hat uns aufgerufen zur Umkehr, zur Buse, zur Erneuerung, zur Nachfolge, zu einem Weg, den wir gehen mit Jesus Christus durch das Leben, mit ihm, dem Sohn Gottes, hin zu Gott, dem Vater. Aber Jesus hat auch seine Botschaft durch Wunder bekräftigt. Und hier treten zum ersten Mal die Pharisäer, die Schriftgelehrten auf, als solche, die sich dem Anspruch, Jesu, der Sohn Gottes zu sein, das Evangelium von Gott her zu verkünden, das Evangelium für die Armen, für all diejenigen, die bedürftig sind, die nicht groß im Kurs stehen bei den Reichen, Schönen und Mächtigen, und hat sich diesem Evangelium Jesu Christi gegenübergestellt. Gleich am Anfang heißt es schon, die Schriftgelehrten und Pharisäer fassten den Beschluss, Jesus zu töten. Und sie haben ihm im Gesamt seiner öffentlichen Verkündigung stets widersprochen. Und diesen Anspruch, der Messias zu sein, haben sie versucht auszuhebeln. Sie haben sich dabei berufen, auf das Gesetz, auf die Propheten, was wir heute das Alte Testament nennen, verbunden mit auch anderen Auslegungen der Schriftgelehrsamkeit, nämlich dieser Gesetzeslehre, die das Gesetz gelehrt haben. Aber man muss sich davor hüten, sie einfach zu identifizieren mit den Rabbinen, den Rabbinern, die es heute im Judentum gibt. Denn das Judentum heute versucht ja und lebt, gemäß der Tora, dem Gesetz Gottes, in der Auslegung, wie wir sie auch innerhalb der ganzen Geschichte des Judentums kennen. Und wir respektieren die Juden als unsere älteren Brüder im Glauben, verbunden in der ganzen Heilsgeschichte, in dem Glauben an das, was Gott in der Geschichte seines Volkes getan hat, wie er sich geoffenbart hat vom Sinai her, in den Geboten, in dem das Wort Gottes an dieses Volk ergangen ist, durch dieses Volk in Jesus Christus, letztlich, das ist unser Glaube, zu allen Menschen gekommen ist. Aber man kann auch sozusagen die Gesetze Gottes so auslegen, dass sie am Ende seiner ursprünglichen Intention widersprechen. Und wir sind als Christen davon überzeugt, dass Jesus Christus nicht nur einer der Ausleger des Gesetzes Gottes war, sondern das Wort ist, das Fleisch geworden ist. Jesus Christus in seiner Lehre ist die wahre Auslegung der Intentionen, und des Inhaltes des Wortes Gottes. Unser Evangelium beginnt heute mit den Worten, dass Jesus die Jünger und die Menschen lehrt. Er ist der wahre Lehrer, der sich nicht mit einzelnen Kombinationen, mit einzelnen Schlüssen, Deduktionen jetzt versucht, das Wort Gottes sich so zurechtzulegen, wie es den eigenen Interessen gerade entspricht oder wie es der eigenen Schultradition entspricht, sondern so, wie es ursprünglich von Gott her kommt. Jesus, er ist der wahre Lehrer, er ist der einzige Lehrer und wir alle sind die Schüler Jesu. Wir hören ihm zu und wir folgen ihm nach. Deshalb diese harten Worte Jesu gegen die Schriftgelehrten aller Zeiten, die das Wort Gottes sogar am Ende benutzen, um es auszuhebeln und sagen, es muss ganz anders verstanden werden, als Jesus es gesagt hat. In der Kirche nicht einmal das Lehramt des Papstes und der Bischöfe können sich über die Worte Jesu stellen. Was ist zur Ehe, zur Ehescheidung zu sagen? Amoris Laetitia, Laetitia gibt es verschiedene Versuche, der schwierigen Situation in einzelnen Fällen gerecht zu werden, aber das kann letztlich nur verstanden werden und richtig auch in der Wirklichkeit, in der Praxis zur Anwendung kommen, wenn wir das Wort Jesu als die oberste Auslegung ansehen. Das Wort Gottes legt sich selber aus. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern es dient ihm und es legt das Wort Gottes in aller Treue aus, um so auch Jesus selber zum Gehör zu bringen. Die Theologie in der christlichen Kirche ist der Versuch, das Wort Gottes zu verstehen, ist er im Gespräch mit den großen Wahrheitsfragen, großen sittlichen Herausforderungen der Menschheit plausibel zu machen, verständlich zu machen. Denn unser christlicher Glaube ist nicht eine letztlich willkürliche Annahme, die wir uns irgendwie zurechtlegen, nicht einfach an blinder Glaube, menschlichen Autoritäten gegenüber, sondern er ist das vernünftige Hören des Wortes Gottes, das Wort Gottes, das ja in sich selber Logos und Vernunft ist. So wollen wir dieses Evangelium verstehen, nicht indem wir irgendwelche Ressentiments pflegen gegen diese oder jene Gruppen, sondern indem wir ursprünglich auf Jesus Christus hinhören. Er ist der wahre Lehrer der Christenheit und ihm können wir entsprechen. Wir können auch das Wort Gottes nicht, auch wenn wir beauftragt sind, im apostolischen Dienst das Volk Gottes zu lehren, geht hin und lehrt alle Völker, nicht so verstehen und auch drehen und wenden, dass am Schluss wir als Apostel, als Bischöfe, als Priester, als Religionslehrer, als Beauftragte in der Kirche daraus einen Vorteil schöpfen, sondern wir sind nur Diener des Wortes Gottes. Der zweite Abschnitt ist ganz einfach, er legt sich selber aus. Es kommt nicht einfach darauf an, dass wir aus unserer Fülle etwas Gutes tun und uns dabei auch noch wohlfühlen, sondern es geht bei der Nächstenliebe um die innere Intention. Selbst wenn wir wenig haben, können wir trotzdem mit dem Wenigen, das wir haben, auch Gutes tun. So ist diese arme Witwe, die nur ein paar kleine Münzen in den Opferkasten im Tempel hineinwerfen konnte, doch für uns alle ein Vorbild. Je mehr wir haben, desto mehr müssen wir auch geben, aber wir dürfen uns darauf nichts einbilden, sondern entscheidend ist für uns die Bereitschaft von dem, was wir haben, alles zu geben, weil wir doch alles von Gott her empfangen haben. Auch unsere geistigen Gaben, unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten, die wir haben, sollen nicht der Grund sein, sondern eine Selbstüberschätzung, zu einem Selbstlob, sondern sollen als Charismen, als Gaben des Heiligen Geistes verstanden werden. Und alle diese, unsere Gaben, auch unsere materiellen Möglichkeiten, sollen und dürfen wir ganz freigebig einsetzen für das Wachsen des Reiches Gottes, dass die Nächstenliebe, die Liebe Gottes zu uns Menschen, auch unsere Liebe zu den Nächsten, in allem die Leitlinie ist. Und somit können wir auch mithelfen am Aufbau des Reiches Gottes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017